Die Opfer stehen im Zusammenhang mit dem Maya-Kalender, in dem das Ende der Welt für den 21. Dezember 2012 vorhergesagt wird. Das glaubt ihr nicht. Ich hätte gehofft, wir hätten mehr Zeit. Die Welt, wie wir sie kennen, wird bald ein Ende finden. Es beginnt. Die Mayas wussten davon. Die Bibel. Die Welt, das ist das Ende der Welt, meine Freunde. Der Yellowstone wurde zum größten Vulkan der Welt. Daddy, was war das? Nicht umdrehen, zieh mich an, sehe ich ängstlich aus. Nein. Wir müssen zum Flughafen. Leute, seht euch das an. Worin gehen wir? Die Regierung baut Schiffe. Der Moment, in dem wir nicht mehr füreinander kämpfen, ist der Moment, in dem wir unsere Menschlichkeit verlieren. Wir müssen zum, in dem wir niemalen, instalo ich. Not Hospice. Wir müssen zum Glück nicht mehr füreinander am minimum. Vielen Dank.